Wie haben wir die Turing-Maschine in einer gewissen Art und Weise kodiert, dass wir die irgendeinem anderen System zur Eingabe geben können. Das war die Idee dieser universellen Turing-Maschine, dass wir da diesen Code generiert haben, das heißt halt Gödelwort. Genau das Gleiche machen wir mit Grammatiken jetzt auch. Und das Ziel wird sein, dass wir eine Grammatik als eine Zahl abbilden. Also wir geben eine Zahl an und können das dann als Grammatik interpretieren. Das ist sozusagen das Ziel. So und das können wir wie folgt machen. Eine Grammatik besteht ja letztendlich aus vier Bestandteilen. Der erste Bestandteil, das ist die Menge der Variablen. Den nehme ich jetzt per Konvention einfach an. Die sind alle durchnummeriert, wie wir das bei den Zuständen der Turing-Maschinen auch gemacht haben. Die sind einfach nummeriert von V1 bis Vn. Denn die Variablen-Namen, wie ich die jetzt nenne, ist völlig gleichgültig. Und ich kann auch sagen, ich nehme jetzt irgendwie eine Menge von terminalen Zeichen, die ich auch irgendwie nummeriere. Die nummeriere ich jetzt auch von 1, in diesem Fall natürlich nicht bis n, weil das können ja unterschiedlich viele sein. Nenne ich einfach von 1 bis m. Dann habe ich eine Menge von Regeln. Jetzt erstmal völlig losgelöst von irgendeiner Konvention an die Regelmenge. Also ich habe beliebige Regeln und zwar L Stück. P1 geht über nach Q1 bis PL geht über nach QL. Und ich habe eine Startvariable. Das ist per Konvention immer V1. So, und jetzt machen wir das Folgende. Wir bilden jetzt auch das sogenannte Gödelwort. Das ist das griechische Tau, so habe ich das bezeichnet. Und zwar bilde ich jetzt ab. Erstmal die einzelnen Variablen, indem ich einfach sage, ich gebe auch eine Nummer für die Variable an. Bei der Variable J ist es typischerweise die Nummer J. Strich hoch J heißt ja, das ist unsere Zahl J. Und ich sage, um das Ding zu kennzeichnen, setze ich einfach ein V davor. Genau das Gleiche mache ich mit den terminalen Zeichen. Das terminale Zeichen mit dem Index i bezeichne ich als T, um anzukündigen, die nächste Zahl, die kommt, das ist jetzt ein terminales Zeichen und dann die Zahl i. So, wenn ich eine Folge von Symbolen habe, x1 bis xk, dann setze ich das Gödelwort zusammen, einfach aus den zusammengesetzten, konkatenierten Gödelwörtern. Also Tau von x1 bis xk ist gerade Tau von x1 bis Tau von xk. Und wenn ich jetzt eine Grammatik habe, wenn ich die gödelisieren will, also das gesamte Gödelwort dieser Grammatik, dann führe ich einfach die Elemente, die ich da habe, auf und schreibe die hintereinander weg. Genauso wie ich eine Grammatik definiere. Also die Grammatik definiere ich immer als Viertupel, so wie ich es hier oben beschrieben habe. Und genau dieses Viertupel schreibe ich hier unten hin. Ich habe erst die erste Variable, v1 bis vn, dann t1 bis tm. Ja, und dann die Regel, Tau p1, Pfeilsymbol Tau q1 und so weiter. Ja, und die Konvention, die wir hier, was ich eben gesagt habe, dass v1 immer die Startvariable ist, das muss ich gar nicht explizit schreiben, weil das haben wir so festgelegt, v1 ist immer Startvariable. So, das heißt, wenn ich das mache, dann kann ich Grammatiken wie folgt beschreiben. Also wenn ich diese Kodierung vornehme, dann kann ich Grammatiken über dem folgenden Alphabet beschreiben. Und zwar ist das das Alphabet, was quasi besteht einmal aus dem V, aus dem T, aus dem Strich, aus einer Klammer auf, aus einer Klammer zu. Ich brauche ein Komma. Jetzt muss ich sie irgendwie hier kennzeichnen, meine einzelnen Zeichen. Ich brauche ein Komma. Was brauche ich noch? Ach genau, hier habe ich noch ein Semikolon drin, das brauche ich auch als Zeichen. Und ich brauche noch den Pfeil. Also wenn ich ein Alphabet betrachte, das nur aus diesem Zeichen besteht, dann reicht das aus, um meine Grammatik zu beschreiben. Wenn ich die in dieser Art und Weise kodiere. Der wesentliche Anteil dieser Grammatikbeschreibung steht in der Anwendung dieses Striches hier, weil der kommt ganz häufig vor. Und halt ein paar Sonderzeichen, die ich brauche, um sozusagen eine gewisse Maskierung zu erreichen. Achtung! ented Bistochit Vielen Dank.